So, da bin ich wieder und ja, endlich haben wir mal einen Weg gefunden hier offscreen. Ey, da ist nämlich noch ein Scheiter. Hep! So, wie können du mich hier rüberklettern? Wenn ich da überhaupt rüberkomme, ohne Falsche anzunehmen, das wäre nicht so gut. Nee, das wäre nicht so eine tolle Idee, finde ich. Ich mache auch nicht mehr lange. Ich wurde auch zu oft heute schon unterbrochen. Ah, okay. Langsam kommen wir in der Sache mal ein bisschen näher. Ah. Okay. Okay. Langsam kommen die Sachen einen Ticken näher. Ach verdammt, ich muss da rein, hä, wie komm ich aber da runter, das finde ich jetzt mal ein bisschen sehr interessant. Achso, einfaches Wasser, naja, gut. So, ich bin endlich weiter. Juhu. Was ist hier? Ich höre doch noch mehr Insekten. Was soll ich hier machen? Ich habe so ein Gefühl, es kommt immer näher. Was ist gerade hier? Irgendwo habe ich das Gefühl, hier unten gibt es noch einen Medipack. Irgendwie habe ich das so im Urin. Nee, hier kann er nur durchfliegen. Ah, da. Hau mehr, du dummes Vieh. Gut. Alter, schreck mich nicht noch mal. Ich habe mich voll erschrocken, wieso? Ich habe mich voll erschrocken, aber ich habe mich voll erschrocken. Ich habe mich voll erschrocken. Ich kann da nicht rein, das ist ein Scherz, denn... Ach nee, 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 nee. Moment mal. Ähm... Ja? Hä? Hä? Was soll ich hier zur Hölle machen? Ich muss garantiert hier hoch. Aber schon greift mich das Viech an. Ich wette es. Weil nämlich ist gleich eine Waffe. Dann nämlich ist eine Waffe. Hundertprozentig. Ähm... Wir nehmen... Ja, gute Frage. Was nehme ich denn? Oh, siehs? Ja, gute Frage. Was nehme ich denn? Oh, siehs? Ach, du Scheiße. Oh, und scheiter. Hier. Scheiße. Ah, andere Waffe ganz schnell, ganz schnell, das geht nicht. Meine Güte, krasser Tobak, sag ich das immer, ach, Lichtsäulen, oder, jetzt will ich erstmal wissen, was hier ist, oh, 15 Fackeln, ne, schlecht. Hier ist ein Tor. Ah, ich weiß, was ich hier brauche. Na, ich weiß, was ich hier schon brauche. Ich kann es mir nämlich schon total lenken. Diese Prüfungen, die wir so bestehen, oh, scheiße. Ich erinnere mich nicht. Nö, rausch nicht. Ich weiß ja, was wir machen müssen. Hm, ich habe so ein Gefühl, dass wir die Dinger noch sammeln müssen. Diese scheiß Symbole. Oh, dann gehen wir erstmal hier hinten hin. So, welche Tür gehe ich? Geh erstmal hier. Und dann gehen wir mal hier. Was sollen wir denn hier machen? Willst du hier noch hier hinführen? Ich fahr' nur mal so. Ich fahr' nur mal so. Hm. Liegt hier nichts? Nee, hier liegt gar nichts. Was ist das hier? Irrgarten des Thones? Ich komm' nicht weiter, verdammt. Ah, hier. Ach du Scheiße. Äh, okay. Okay. Nein! Ich muss seitwärts springen. Ich hab's befürchtet. Scheiße. Scheiße. Das war's. Das war's. Ja, ich hab das erste Symbol. Cool. Und Wasser. Mal gucken, ob hier was ist im Boden. Nee. Wollt wohl nicht sein. Oh, nee. Ich hör irgendeine Gesumme. Ich glaub, das ist aber über mir. Ich hör noch da was. Oh. Ich hab den gar nicht kommen sehen. Scheiße. Verdammt, was mach ich denn jetzt? Meine Fresse. Drecksviecher. Ich hasse euch. Ihr widerlichen Insekten. Was ist überhaupt hier? Aha. Ah, ich weiß, wo wir sind. Aber, ähm, an dieser Stelle höre ich für heute auf. Und das machen wir beim nächsten Mal, diese ganzen Symbolitäten. Und das wird dann halt wahrscheinlich schon die letzte Aufnahme zu Tomb Raider 3 werden. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Und mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt, ein Abo und eure Meinung. Haut rein, Mr. Hund. Tschüssi.